Der Joseph macht die Vorbereitung für unseren guten Salat für morgen. Es gibt einen Putenstreifen-Salat, oder? Wie heißt der? Der hat schon Putensalat. Putensalat. Und die Dagmar hat? Oh, ein Cremchen? Schichtsalat. Ach, Schichtsalat ist das. Ich bin auch nicht. Na lecker, Herr Bäcker, du. Da kann es uns ja gut gehen morgen, du. Ich bin echt extra für dich ohne Mais. Ohne Mais? Ohne Mais. Mais esse ich. Erbsen mache ich keinen. Die sind auch nicht drin. Ach, sehr schön. Aber extra Karotten noch, weil du die so gerne machen. Karotten ist gut für die Haut und für die Augen. Du hast schon mal einen Hasen mit Brille gesehen. Oh, ist doch geil. Eine Minute und die Hände und die Steckchen sind fertig. Ja.